Ich habe die Sitz in ganz alleine im Märzenkant. Ich habe jetzt endlich meinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Nämlich weit weg von ihr. Ist doch wer! Wenn der Elias nach der Schule in den Hof übernimmt, dann werde ich dir sagen, wie es weitergeht. Jetzt! Ich habe noch nie so eine Frau kennengelernt mit dir. Du bist zu jung. Ein Geschichtenwissen. Ich fühle mich wie ein Fremder der Welt. Vielleicht sind wir ja Fremde da. Ich bleibe da. Ich komme nicht mehr auf, ich nicht mehr. Wir gehen immer hoch ins Teil. Nicht mehr. Was tue ich, wenn ich wirklich mal krank bin? Ich komme zuvor, als wäre ich mein Leben lang in einem Tiefschlaf gewesen. Aber jetzt bin ich aufgewacht und erkenne die Schirrenheit der Welt. Bitte! Ich bin wieder aufgewacht. Bring dich um! Mein Boer! Kriegst du nicht! Derzeit der gibt es nicht. Okay.